Hattest du heute schon Angst? Ich habe öfter mal Angst. Ja. Wovor? Ich habe manchmal Angst vor Spinnen. Oh, vor Spinnen habe ich gar keine Angst. Ich habe Angst, dass mir ein Nagel einreißt. Ich habe Angst davor, aus Versehen nackig aus dem Haus zu gehen. Ich habe vergessen, mich anzuziehen. Das wäre blöd. Ich habe manchmal Angst, dass ich vergesse, meine Unterwäsche anzuziehen. Ich habe auch manchmal Angst, vielleicht aus Versehen auf einer Bananenschale auszurutschen. Ich habe Angst, in Kacke zu treten. Ja, ich habe auch Angst vorm Zahnarzt. Also wenn der Zahnarzt ruft, geht es mir nicht gut. Ich habe Angst vor Wespenstichen. Ich habe Angst vor Autos auf der Straße. Das ist kreuzgefährlich manchmal. Vor was habt ihr denn so Angst? Habt ihr Angst manchmal? Wovor? Erzählt es euch mal gegenseitig. Ja, am besten nicht alleine dran denken im Bett, wenn da niemand da ist, sondern mit jemandem drüber reden. Oder wenn ihr bei jemandem übernachtet. Das ist auch okay.